Jetzt geht's rein in den Flieger. Mal schauen, Spirit ist für mich jetzt gerade so ein bisschen wie das Ryanair. Ich hab jetzt 38 Dollar für den Flugbritze, da hättest du nichts. Aber natürlich auch ohne, also nur jetzt mit Handgepäck. Aber mein Gott, also ein Rucksack reicht aus, ich muss jetzt keinen Pendelreikoffer mitnehmen. Naja, dann genau, wieder bis später.